Ich will mich in Bern für übergeordnete Interesse einsetzen. Nicht nur für Partikularinteresse. Es geht darum, dass wir eine gesellschaftliche Gerechtigkeit weiter brauchen, weiter entwickeln müssen. Unsere Grundwerte können pflegen und erhalten. Für das würde ich mich einsetzen. Und es würde mich freuen, wenn ich in Schaffhausen diese Werte und auch die Frauen vertreten könnte.